schöner schlossboden hier also muss das ich habe keine setzen das ist gemein ich hatte die kasse raus wenn du dich hast dann haben wir ja trotzdem welche neu machen ich habe mich bisher keine bekommen habe ich auch bei mir gefällt ich hab gerade ein übersichtliches inventar und da ist halt nix drin in der richtung ich bin die ersten 99 also jetzt mit erweiterten axt ich habe ja schon die holzfäller axt also ist das ist ja schon echt für holzfäller gemacht konnte ich ja bloß finden nicht herstellen ich sehe die waffen haben haltbarkeit geht ja ich kann sogar ich kann die sachen auch färben irgendwie das ist sehr diablo art wie man es werden kann aber na gut es geht das ist okay bleiben wir dabei war was soll ich gerade machen habe vergessen herstellung der bank habe ich schon holz der holzwerkbank also schon oder holzwerkbank ja also die jahr kann ich entscheiden könnte ich sollte ich eigentlich es gibt schönes bilderrahmen und geschnitztes holz die aus dem maßriegel das geschützte holz ist okay lecker maßriegel danke für das kippe zapp an wie so ein zufall ob das absicht war wer weiß da schon so genau garantiert garantiert garantifiziert toll ich kann damit nichts ordentliches machen kann bilder anherstellen geschütztes holzwerk gar nichts größer dekoration hätte man sich sporen können vorerst eine blutpresse hast du ja schon blutpresse das weil das um das zu verredeln das zeug ja auch einer haben wo das kraft ist sie also das baum ist eigentlich sehr nett tatsächlich aber so hinstellen für die aus klack klack unkompliziert und vergeben wenn man falsch baut das muss gerne sein was ist das denn hier also gut ist jetzt toter fisch wird zu fettigem öl und fisch skelett gräten passt ich weiß nicht was nur an eine anbaufläche ist für samen aller art was immer das seinen markt wahrscheinlich hat dann baum und so warten muss ich halt keine bäume habe keine baumsaat ich kann jetzt auftun gibt es doch gar nicht will auch holz jetzt dinge haben mensch moment habe ich die kupfer neben mir stehen jetzt endlich ist noch nicht da wir ja beim besiegen tatsache es kommt bei mir bei mir siegen des typen gerade des zweiten typen ist nicht das erstes das nicht das volks holzwerkbank bekommen haben einfache möbel und die armen brust scheint das was man dinge einfach herstellen müssten ach mal ach mal was sie was sie geben er roll gibt chaos zauberpunkt eine große truhe fackel die andere gibt frost zauberpunkt gerbergestell leder reiseumhang und trinkschlauch toll wer von dir ein dach zum freischalten dachte ich nirgendwo bisher toll glaubt wir müssen noch ein bisschen spielen dass es dich ergibt das scheint zu dauern der ganze gelater das verabschiedet haben du brauchst ja dunkle grüße hey und ja auch ein silvio ist hier bin ich weiß ihr wisst ja ihr keine ahnung ob wir zu zweitzeit gerade schwierig bei euch nicht ihr wisst ja switch ist ein dorf samir ist auch gerade da falls euch erinnert auch schon bei euch ein kurzes herr aus dem dörk ja gut dass ihr rum dürft ihr fliegt klasse danke schön zack 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 ich will das hier nicht das ist tag vampire tag nicht mag muss mehr böden bauen sich auch so warum eigentlich nicht auch umwelt ja umwelt was sie alles blockiert diese umwelt und dann ist es eigentlich die see 48 von was die hat natürlich die follower und tänke schön ja ich gebe mir sich saka doch kannst du die mühe ha wenn das spiel kein schatten spendet bei mir selbst schatten hin so ist das trotzdem gefährliche was tust du 1848 glaube er glaubt er schön flexen hier 50 millionen von wo habe ich angefangen warum ich den sapfen denkt sich in schlenkern aber du bist diesen diesen was war das weil du weil du weil du weil du die anbauffläche brauchst für samen das muss doch zuerst hinstellen und danach kannst du da drauf schätze ich meine gute samen ist ja auch noch mal scheint so zu sein hast du es jetzt gemacht oder was heißt scheint ja da ist es geht auch auf dem rasen nicht und nicht dadurch boden also die ackerfläche sein das mag schon sein mag schon sein ja ich habe gefahr ich sage ich habe selber schuld ich habe lange schon keine knochen mehr gesehen moment ich habe kupfererz habe ich habe keine option das zu verarbeiten das geht so nicht kannst du bei mir schmerz oben machen also klar sonne ist gemeine vampire mag nicht sonne nein aber der wolf gestalt geht es auch nicht du bist ja auch ein peter so ist nicht und schuster so schon ein wolf wäre sein ja 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 die sonne sieht alles die weise ist besser drehen so ist das schöner ich brauche echt alle meine sachen hier will ich direkt in der wand dran habe ich nicht gleich im feuer bin wenn ich hier tagsüber lang laufe ich weiß noch mal geht das blut ich von alleine runter muss eigentlich mit dem blutverrativer haben ja müssen wir uns nähern und töten müssen wir wie im echten leben machen wir doch ich habe gar kein problem neuer technologien nutzen ja danke für die puppets liebe dodo brothers tötet ist immer gut da macht man nicht viel falsch in spielen ich will nicht miss zitiert werden fragt es nicht dann gibt's tote müsste die bin ich schon wieder für das abo anteil auch bei mir das war jetzt gemacht was so hat der geschmissen party party was der macht hier party ohne mich das ist da los du dich jetzt übrigens hier vorne ich bin direkt gerade an der grenze von meinem zu deinem gebiet und da da ist wirklich so komischer bunter stein falls nicht kaputt hauen kannst du willst da habe ich gerade stehe auf der karte direkt da unten ist dieser bunte stein hier so toll fandest geht doch schon was kommt dabei raus für die ganze schmucken vampire unter uns verstehe im altar erinnerung kannst du die auswahl für den torte gibt es keine torte natürlich sagte der alte gönner aber erkennt es nicht das ist schwer nicht ach so die anbaufläche muss sterben bekomme ich wieder weg wie kann ich das abbauen drehen ja drehen ja abbrechen schön aber ich will es ja ach so ok cool läuft schön weiter mal hier bauen kann ja gerade ist gefällt mir sehr gut mehr wände kein holz kacke und holz passiert ja nix wir müssen wir nach gleich gleich zwar ich bin jetzt level 20 ja gut ich bin bald der meinung ich würde ganz gerne nächsten typen killen weil das kommen wir ja nicht weiter ja ich bin nur kurz an trug hier fasst und welchen der mond geht auf der mut ist aufgeraden immer das gleiche du und ein holz also ich würde vorschlagen dass wir wir haben kein silvester mehr leute dass wir als dieses kili die forst bogenschützen angreifen denn die hat die meisten interessanten sachen die sonst dann gibt gerber gestellt ja irgendwie sie kann es ja selbst einstellen weil der gibt uns große truhe und fackel und punkte ok aber die andere gibt uns sachen zum herstellen die offenbar auch gesundheit fördern und wir haben plus 15 sonnenwiederschaft mit dem reisumhang den sie von uns die sonst gibt das finde ich ganz neckisch das finde ich neckisch bist du dann gerade bei dir im schloss jahre ja ich gehe nur alles gut dass wenn du willst ist ein freies papier land ja es war noch mehr also meins führt über deine behausung gerade ach so was sie ausgewählt ja frostbogen schützen ja die ist interessanter einfach oder warum ja weil die du hast du was die idee gibt gibt die halt freies rezepte für sachen die wir dann nutzen können die andere nicht so richtig auf und chaos finde ich auch nicht schlecht was natürlich eine große truhe zauberpunkt chaos investieren punkte wäufigkeiten der ständere gibt es ein zauberpunkt zu ihr beide punkte für verschiedene sachen aber sie hat noch sie das gerber gestellt und man dann ist ja 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 das finde ich weil es ist egal was ich sowieso beides machen oder später kommen lieber wolf suchen wir uns mal ein zum tüten ja das sehe ich auch so bist du denn ich warte hier sehe ich gar nicht da hallo wölfe juri der wolf voll 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 blutspur ist weg da ist sie wieder die wölfe ich habe einen doppel sprung gemacht ja das geht aber was hier ja wir sind wieder oben drauf war hilfe ich bin kein wolf mehr wieso nicht du hast getroffen das hatte ja ich glaube schon sieht sie was danach aus lässt du mal samira juri wolf in ruhe ex wolf sagt 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 ist einmal so doof war ich auch jetzt völlig richtig weil ich dann von kreatur wieder auf schuppe runter geht es aussieht jetzt bin ich ein schurke vom loo blut ist ja auch doof daneben schützt gut gemacht wo ist er denn da ist ja schon die toller reichweite reicht nicht was auch frost an direkt gesehen wieso nicht blut raus treffen musst du auch sonst bist du ganz schön scheiße haha ich habe das gefühl wir können von ihren zaubergen um uns auch so zu tarnen jetzt hast du meinst du ja wieder da muss man ihre überhaupt ich verstehe schon mitten im irgendwas ach da habe ich natürlich ja 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 ouch aus schmerzen 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 das war jetzt aber durch von mir kann man nicht blocken scheiße das kann man nicht blocken neue sagt mir auch keiner kämpfe gegen sie gerade oder was ist da los ich bin fast tot es ist nicht gut ja gönn dir können wir einfach so so mächtig sind wir geworden war bäume fällen beanspruchen forschungstisch automa bauplan das ist sehr schön schloss verlegung herz guck ich jetzt dinge nach hier tuch und leder ja toll habe ich noch nicht genau heulerei dass das in den rücken kann entzücken muss es aber nicht zu keiner ist das so schlau nach dem tollen blut was über das so macht alles auszusorgen bärchen jetzt ein kubbelbäcker aber ich habe kein leben ich brauche das mehr als und schon jetzt meine blutgruppe anders na toll aber ich bin bei acht prozent wenn man ein blut verletzt ist okay denke ich sein ihrer stück von blutarmut war davor sind ein paar leute bis bei aussagen davon ja wer das tod durch blutarmut das reimt sich ein bisschen was ist trotzdem nicht gut ich bin auf dem weg die idee kann man sein hat hat wird heute der falsche leiden aussagen wird wir müssen angegriffen jetzt aber ein doch hinaus können dir ja ich lute so lange das schießt ja ein wohnen mit fasser die sollte man sich nur nach hause laufen denn ich sehe schon dass die sonne auch so irgendwann wieder kommt das ist das hier unten ich glaube ich halte immer ganz kurz das ist mir wie zu heikel sonst auch wenn es wieder aufbraucht ja schädrich so ich bin mental am hintern danke fürs mal gerade heute mittag hat mir geholfen euch allen schönen restström und restjubik ich bin auch nicht sicher was es generell bedeutet weil irgendwie aber ja gern geschehen und lass es dir noch gut gehen und besser vor allem dann schütteln hinter das ist nichts gutes geschehen näher weil er danke für den ström noch sagt gleichzeitig er hat ja bisschen geholfen an dieses diesen die hinter sache zu verdrängen für einen zeitraum keine ahnung da hörst du ballern hinten auch eine armbrust gut gekontert ich glaube das ist eine frau ja ich war auf bestehen scharf schützen was gar keine schlechte blutqualität ist aus mal her bleibt mal stehen die hat schurken blut von 30 prozent ja geil jetzt habe ich bewegungstempo und sie hat eins und zwei fall gestaltet von dem level das ist ja geil ich kann ihr handeln hier nicht aussagen silber widerstands gebräu verzauertes gebräu der wildheit begeistert dass das effekt überdauert den tod physische kraft in drei erhöht zu behändler hier krass keine ahnung auch wenn ich kein geld habe offenbar ich habe 14 nicht 18 36 keine ahnung ist aber ja alles kaputt weil da verkauft dann sie weiter ok gebäude wildheit die ist das forschungstisch ok man kann die diversen an rezepten kaufen offen macht zu crafting ok das ist ganz cool sammelt ratten das war nicht gut jetzt hast du ihn leider wird sich verärgert jetzt sind sie sauer für immer dann muss das leben kommen wolf hier will ich nicht sein hier will ich jetzt nicht sein kommt klar samira ich weiß nicht ich habe den weg frei kann verwandelt ich aber nebenbei auch cool dann halt nicht ich darf hier lang wo mein weg markiert ist ich dachte ich müsste ich nein danach ist dein ding ist erst bist quasi ein schloss zu früh nach oben wo das ist das geht 1 nein 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 ich doch oh je mini noch so lager sonne 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 ich laufe in mein lager rein bin die letzte sind da jetzt passen da jetzt lustig ich muss noch wieder jetzt von dir aus auf meiner ebene rauf springen kann ein wolfsform das volk wünschen machen kann ich vielleicht erst gar nicht gemacht nein es geht nicht schade jetzt vielleicht war spiel eine ecke was so schön was machst du da ist geholt stehen glückwunsch stimmt ja gibt es ja jetzt wie was amira sicher jetzt nicht schlimmes wie spiel schon zweieinhalb stunden als spiel gerade ja ich weiß es mir aufgefallen bis eben bretter traurig ich glaube ich würde uns mal langsam das ganze wechseln was dich heißt es wird nicht irgendwie künftig wieder spielen kann natürlich ist es ich werde euch aus dafür da kommt schon drauf klar irgendwann verdammt ich brauche papier und blaue frauen faden habe ich nicht genug sammierer ein schatten sagt nein haha da freut sie sich ja ich hab kein schatten so was zum freuen doch doch dahin naja habe ich doch was habe ich schon genau das macht der gerber ich will die brennen habe ja fackeln sie wollen spiel das ist nicht nett ich weiß auch nicht was mir ein leerer trinkschlauch bringt ich habe schon vier stück davon seit ewigkeit aber ich mache ja genau sowas bisher rechts sind frei so leder herstellen schmelzhof habe ich einfach bekommen toll 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 ist das feuer blüten samen welches aber alles rein tusten denn die ganzen sachen hier nur aber unterwegs bist und das währenddessen durch kraftet das ist nett das ist immer auf zauberbuch achte wir haben was weiß ich richtig ist ja ich habe nicht gesehen dass sie verschiedene sparten haben ja haben wir aus die ganzen was nur zwei aussuchen was ganz schön knapp wir machen alles hat fünf sekunden lang nachkampf schaden beschwöre am zielort eine eis dover die 140 magischen schaden schieße ein projektil dafür prozent schaden ok mann ich bin mehr als zwei skills auswählen ja das ist echt echt eng bemessen das ganze weil es sieht so aus es wird natürlich noch zwei slots dazukommen unten in der leiste nehmen du hast da diesen ja durch einen platz ach so nein ich meine ich meine nicht das eigentlich ich meine im zauberbuch selbst hast du ja die zwei frei vielleicht was der ganz links drin springt ganz rechts und die was wir noch gar nicht haben in der mitte die zwei auszuwählen fähigkeiten und jeweils nach links und rechts hast du einen freien platz wo nichts drin ist wo platz für eine weitere skillung wäre theoretisch aber ob da was kommt weiß natürlich nicht wahrscheinlich eher nicht was echt wenig was so vieles gilt so geil klinge eigentlich jetzt schon also sagen wie ich auf die emo zugreifen kann das habe ich von versehentlich gemacht mit mit alt alt gedrückt halten dann auswählen ich bin auswählen stufe 40 wahrscheinlich auch 20 gewesen also war ich hier auch so gerade gut okay cool schon am elzofen mann 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 auch vielleicht ganz sinnvoll sowas zu haben lehrer trinkschlauch ja ich weiß nicht wozu warum weshalb keine ahnung ich kann man trinken okay dann weiß ich jetzt wieso fackeln nicht lange fackeln ich hab ein paar fackeln hingestellt das sieht ganz nett aus gefällt mir gut ich will ein dach haben so wie samira ich will ein fucking dach ja bestimmt erst mit der werkbank hmm Vielen Dank.